Im Gehirn gibt es Strukturen mit genau definierten Aufgaben. Die Amygdala zum Beispiel, zuständig unter anderem für den Schreckreflex oder der Hippocampus für Gedächtnisprozesse. Doch wie gelingt es einer Hirnstruktur, auf den einen Reiz schreckhaft zu reagieren und dem anderen einen geliebten Menschen zu erkennen? Solch komplexe Aufgaben sind möglich, weil die schätzungsweise 86 Milliarden Neurone, die Nervenzellen, durch ihren hohen Grad an Vernetzung erstaunliche Leistung vollbringen können. Indem sie Information von anderen Neuronen empfangen, verarbeiten und weitergeben, ermöglichen diese Neurone unsere Wahrnehmung, unser Leben. Sie ermöglichen uns. Der Aufbau dieser Nervenzellen folgt in den meisten Fällen einem bestimmten Muster, wie bei diesem Modellneuron. Dem Zellkörper entspringen zwei Arten von Fortsätzen. Zum einen die Dendriten. Der Name ist aufgrund ihrer verästelten Struktur dem griechischen Wort für Baum entlehnt. Dendriten bilden die Empfangsstrukturen des Neurons. Hier liegen die meisten Synapsen, die Kontaktstellen zu anderen Neuronen. Sind die eingehenden Signale stark genug, wird am Axonhügel ein Aktionspotenzial ausgelöst und das Signal damit an die nächste Zelle weitergeleitet. Dies geschieht über das Axon, die Ausgangsleitung des Neurons. Oft ist es von Myelin umhüllt, wodurch seine Leitungsgeschwindigkeit enorm gesteigert wird. Am Ende des Axons befinden sich die Endknöpfchen, die wieder Teil einer Synapse mit einem weiteren Neuron sind. Die elektrische Erregungsleitung findet auf der Zellmembran statt. In Axon und Dendriten befinden sich die sogenannten Mikrotubuli, die nicht nur die Struktur der Zelle stabilisieren, sondern auch als Transportsystem für Proteine und chemische Botenstoffe dienen. Produziert werden diese Stoffe im Zellkörper, wo sich auch der Zellkern mit den Chromosomen und die Mitochondrien befinden, die Kraftwerke der Zelle. In Form und Größe können sich Nervenzellen stark unterscheiden. Der Zellkörper einer Betzschen-Riesenzelle im motorischen Kortex mag nur 5 Mikrometer groß sein, doch ihr Axon kann bis zu 1,5 Meter lang werden. Eine Purkinje-Zelle im Kleinhirn dagegen ist vor allem eines – groß und verzweigt. Sie kann bis zu 150.000 Synapsen tragen. Durch die Verschaltung von Neuronen entstehen Nervennetze, die bestimmte Aufgaben übernehmen können. Deren Möglichkeiten sind enorm. Bisher lassen sie sich nur ausschnittweise und im Supercomputer nachbauen. Vielen Dank.